Die heutige Geschichte, und das muss ich dir gleich verraten, ist ganz spannend, ist nämlich nicht mehr im Original-Vielfalt-Buch drinnen. Stell dir vor, wir haben das ganze Buch gemeinsam durchgelesen. Wie cool ist das denn? Aber natürlich kann ich keinen Adventkalender ohne 24 Geschichten und Türchen machen. Deshalb sind hinter Türchen 23 und 24 zwei Texte enthalten, die nicht direkt im Buch stehen, aber die ganz gut in diese Geschichtensammlung von Vielfalt passen würden. Viel Freude beim heutigen Text. Er heißt Wer bin ich? Hallo, wer bin ich? Bin Kaffeekannen warm, Regenplatsch nass verkühlt, Tiefschlaf schnarchig und Himmelschlüssel wach. Plumpsplatsch tollpatschig, Schnitzelpanier geschickt, Zemmelbrösel dumm und Bergkristall gescheit, Regenbogenfarben bunt und Weißmüller Tarzan schwarz-weiß, Kakao-Abenteuer lustig und Sofa-lieg bequem, Schwarzwolken betrübt und Technikolor verliebt, Erdrückend schön und befreiend einfach, Sonnenblumen fällt unendlich oder Mausloch eng, Endlich bin ich nicht unendlich, Falz darf dick und gandidünn, Meeresrauschen mächtig und Bergpach plätscher sanft, Brennnessel brenn unangenehm und Himbeermampf schön, Sturmwindblasreinigend und Regenwald schwülstatisch. Wie unfassbar schön du bist. Wer bist du? Hallo, ich bin's, dein Leben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich verallege, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020